Weil ich so süß bin, so klein bin, so super, super fein bin, Honig! Ich bin die Puh! Hallo und herzlich willkommen zurück zu dem Bausimulator, von dem wir schon letztes paar Mal gesprochen haben. Wir sind immer noch auf dem Weg, dem Blutmund auszuweichen, damit die Phenixa, der ankert und die Pummelhunde überlebt. Hallo! Hallo! Guten Abend! Äh, guten Tag! Und gute Nacht! Na, guten Tag und gute Nacht! Achis, du bist ja gerade hier, guck mal, was ich für dich habe. Halt, stopp! Ich esse jetzt erstmal ein Ei. Ich esse jetzt erstmal ein Ei. So. Noch mehr. Das ist eine sehr gute Idee, ist auch erstmal was. Okay, ich würde sagen, dieses Holz könnte jetzt vielleicht meinen hohen Anforderungen genügen und ausreichend sein. Wer schmeißt denn die Oakseeds wieder hier rein, Mensch? Äh, ich. Aber die waren schon welche drin, der Herr, hab ich gedacht. Ich hab schon 42 Zombies getötet und bin dreimal gestorben und hab 11,49 Kilometer zufällig. Hab 111 Gegenstände gefertigt und war längst am Leben zwei Stunden. Für die Fans von Statistiken. So. Ach ja. Ähm, kurze Frage. Ja. Habt ihr schon Supercorn-Seeds hergestellt? Nein, das konnte ich nicht. Ach so, okay. Kannst du das? Nein, ich hab nur gefragt, bevor ich jetzt die Dinger hier wegfutter. Nein, bitte nicht. Okkile-dokkile. Wir haben doch einfach noch Fleisch gehabt gewandert. Ah. Hat der hier hier schon wieder als weggefressen? Äh, ne, ich glaube, ich hab nur einmal Fleisch gegessen. War das nicht im Kühlschrank? Ja, ja. Ich will einen Kühlschrank! Ich will einen Kühlschrank! Hier oben! Nee, da unten. Hier ist aber noch Wildbret. Wo ist denn da unten? Hier unten, in dem unteren Kühlschrank. Dreh dich um. Also, das ist noch für Eier. Äh, was passiert denn mit euch gerade? Wieso? Was? Wir verschmelzen! Ja. Ah, ich möchte das nicht. Das ist mir sehr unangenehm. Nein, ich möchte das nicht. So, ich geh doch mal Bäume pflanzen, ne? Ja. Also, du mit Fleischstück das wieder hochübeln. Gut. Ähm. Hm? Holzrahmen. Hier ist ein Wald gewachsen. Nee. Echt? Ja, super! Lass ihn uns abholzen. Genau. Wir brauchen ganz vieles. Geil. Geil. Ich muss ja mal sagen. Motorsäge! Des Grauens! Moment, ich muss es mir erst angucken. So spät. Ach, das sind ja nur wenige von den Bäumen. So. Frage ist, können wir sie länger, können wir sie länger wachsen lassen? Weil die haben nur 300 pp. Äh, ich weiß noch nicht. Boah, das dauert aber. Ich habe eigentlich eine übergute Idee. Ja, ich habe eine große Idee. Eine übergute? Krass. Ja. Wie wäre es denn, weil wir die Zombies laufen ja unter Wasser. Ne? Ja, deswegen lege ich da gerade Spikes. Ach so. Aber wir können über die Spikes drüber schwimmen. Wie hoch können wir denn bauen? In die Luft? Äh, keine Ahnung. Möchtest du einen Turm bauen? Zur Not könnte man ja eine Plattform nach oben, schräg nach oben bauen. Ja. Um dann zu gucken, ob, ähm, die Zombies, wenn die ins Wasser kommen, also übers Wasser quasi, und wenn die ins Wasser gehen, laufen die ja unten drunter durch. Ja. Deshalb frage ich mich, ob man das auch immer, ob man das schräg irgendwie reinbauen kann. Weiß nicht, genau so eine kleine Insel an. Du meinst, einen Turm unter Wasser nach oben bauen? Nein, nein, nicht unter Wasser. Über Wasser. Äh. Es poppte eben einfach so ein Baum in die Existenz. Ja, sehr gut. Plupp. Fahrer da. Hallo. Guten Tag. Ähm. Errungenschaft freigeschaltet Benjamin Franklin. Boah. Nein. So. La 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 la. So. Ja, äh, was ich mit diesen Spikes nämlich vorhabe, ist, ich brauche etwas zu trinken, das vergesse ich gerne. Alter, wir können, wir können Feuerpfeile herstellen. Das ist ja geil. Wir brauchen da Schießpulver, Stoff und Teig. Haben wir. Und, äh, Stahlpfeile. Das war nennst nicht viel. Und wir können Hopfen herstellen, Hopflau. Oh. Ähm, ja. Weiß jemand, zufälligerweise, das Rezept für Holzpfeiler. Du bist durstig. Trinke. Ja, bitte. Mach es diesmal. Ich kriege einen Holzpfosten. Den meins. Was? Einen Holzpfosten? Ja, weil ich habe gerade festgestellt, dass unter unserem Steak, also dieses Holz, äh, dieses Haus steht auf einem Steg. Okay. Und, äh, aus den, aus den Holzpfeilern fehlen halt hier und da jeweils ein Holzpfeiler. Es wäre gut, wenn wir die ersetzen, bevor... Also, sechs, sechs Stück. Ja, da sollte... Oh, Pfosten. Ja, das sollte gehen. So, ähm, haben wir da noch... Äh... Hat jemand Wasserflüssigkeit? Ach, da. Ja, sehr gut. Der Schrank hat sehr viel Wasserflüssigkeit. Ja. Packe mal das Korn, jo. Man, growing, growing, jetzt sei doch endlich mal fertig. Dass noch vor dem Blutmond fertig wird. Habe ich mich jetzt erschreckt. Ja, ich würde ja mal gucken, dass wir jetzt vielleicht gleich gleich erstmal die Quest machen. Ja, weil da, wie gesagt, wir kriegen dafür 5000 Erfahrungspunkte. So. Siehst du da diese schöne Linie da von Spikes? Und ich bin noch nicht fertig. Ja, du bist ja sehr kreativ. Scho. Siehe da. Ei. Da, 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 da. Also, du bist gerade auch da drin, ne? Ne, du kannst, ich hab nur was reingepackt. Äh, Konserve mit Wasser. Oh. Voll. Mhm. Und selber mit dem trüben Wasser. Das Bild sieht auch aus, wenn da wie Gift drin wär. Was? In der Dose, ne? Ja. So, jetzt guck mal drauf, wo ist denn der nächste Auftrag, wo wir hin könnten. Jetzt immer noch da hinten, wo wir hinwollten. Ja gut. Dann lass uns da jetzt aber mal hinlaufen und dann halt wirklich Dampf geben. Und ich legt uns alles nochmal hier in die Kiste. Ja, muss ich auch noch. Weil ich bin nämlich schon wieder in Camberit. Hoch, Zombie. Zombie? Ja, ja, ich war gerade Vogelnester, so. Da kam mir ein Zombie entgegen, der hatte die gleiche Idee. Vogelnester zu suchen. So, Moment. Äh, Pfeile. So. Pfeil? Wow, toll. So viele Pfeile sind das jetzt aber auch. Toll, wir wollen jetzt loslaufen, wenn es regnet. Und? Ist das schlimm? Guck mal raus. Dann wird die für nächstes Jahr doch nass. Du bist nass und dir ist kalt. Genau. Warum regnet es denn jetzt? Sag ich doch, es regnet. Und zwar wie? Da hinten regnet es nicht. Ach so, na dann ist ja gut. Vor allen Dingen so Sichtweise, äh, Sichtweite drei Meter. Ich beleg gerade, ob ich mir noch schnell ein Ei befad. Ah ja. So, ich hab Holzrahmen. Also die Konserve mit Wasser, die nehme ich mir mit. Kleiner Stein. Das ist ja schön, das Wetter hier. Haben wir noch Holz? Ich hab dir so viel Holz gegeben. Äh, ja. Kannst du mal da oben was hinbauen, Hisho? Zurück. Wo? Zurück mit dir. Komm her. Komm. Ja, komm. Ja, komm mal her. Ja. Da oben. Was soll denn da hin? Ja, da fehlt doch was. Ja, wenn du unbedingt knochtest. Ja, mei. Wenn's unbedingt sein muss, dann muss man da mal gucken, gängig, ne? Ja. Schön. Da. Heidel wäre weg. Hallo, Vera. Ist alles am groben. Ich höre Zombieschreie. Hm. Er ist wie bei, äh, Mist Survival. Au! 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 What? Was kommt jetzt? Ah! Was zur Hölle? Also ich möchte nicht beim Regen draußen rumlaufen. Tschüss. Was ist denn da los? Ich hab noch FxP. Da kommen Geier. P? Kommen Geier, aber die können doch nicht bei Regen fliegen. Offensichtlich schon. Das hättest du dem Geier mal sagen. Nicht so gut. Die können jederzeit, die können jederzeit kommen. So. Nein. Durch die Lüfte fliegt der Meier und von unten sieht man seine Geier. Das war sehr schön. Danke. Ich bin Philosoph. Nebenberufe. Also wir wollen jetzt echt los, ja? Okay. Nein. Ich mach Holz. Ja. Ich nehme mal hier die unnötigen, die unnötigen Holzpfosten weg. Die sehen zwar optisch schön aus, aber... Ich würde ehrlich gesagt ganz gerne noch irgendwie ein seines Lager ran bauen, die Hütte. Können wir machen. Dann ziehe ich gerade mal eine Plattform hoch. Dann hinten anbauen und dann schlagen wir da, wo wir jetzt irgendwie Gang durch und dann können wir da... ...wohnen. Und dann komme ich in den Zungen mit dem Baum erschlagen. Das wäre das nicht voll Witz. Wo? Habt ihr zufälligerweise mitgekriegt, dass plötzlich alle Bäume gewachsen sind? Also gefühlt alle, wir haben da wirklich einen Baum jetzt draußen stehen. Kacke. Einen Baum haben wir draußen stehen? Krass. Ja, komm mal raus vor die Tür. Einen Baum. Du meinst ja im Wald. Ja. Ja. Oder so. Gut, ich brauch Pfeile. Und dafür brauch ich Holz. Achtung, Geyer. Au! Ja, sowieso nicht. Ist er tot? Ne, 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 ne. Jetzt nehmen wir dir... Au! Hat er mich gekratzt, das Arsch. Ach, das war also nicht. Das gibt's ja nicht. Habt ihr? Ja. Hallo, da will man hier Bäume fällen. Ich hab euch Schnauze voll. Ihr habt doch Angst vor ein paar... Ich hab nun schon eben Schmerzabletten genommen, weil ich nur noch 10 HP hatte, weißt du? Das heißt doch nicht, dass du mich aussperren musst. Natürlich. Wo ist denn jetzt hier der nächste Baum? Warum kann ich denn jetzt eigentlich... Ich hab... Ich hab für meinen Bogen, er lädt die Munition nicht nach. Warum geht das nicht? Äh, hast du keine Pfeile mehr? Ich hab Eisen... Äh... Äh... Da musst du die, äh... Ich glaub, hier musst du einmal irgendwie auswählen und dann kannst du... Ah, ich muss nachlagen gedrückt halten. Ja. Und dann kann ich sie auswählen. Ah, das muss man doch erst mal erklärt bekommen. Meine Güte, ist das ein dichter Wald. Sieht man ja gar nichts. Kann man ja eigentlich endlos Eisen rauskriegen? Der geht überhaupt nicht kaputt. Aus was? Aus dem Kühlschrank. Alter, Digga, du hast fünf Pfeile hat er gefressen. Was ist denn los mit dem? Ja... Schießt ihr jetzt die Bäume mit dem Pfeilen ab, oder? Nee, den Zombie. Achso. Ein Baum der Umfeld, weil man ihn mit Pfeilen beschießt. Ich weiß ja nicht. Als die Axt in den Wald ging, sagten die Bäume, schaut mal, einer von... Der Christ ist einer von... Warum hast du den Kühlschrank auf dem Türmach? Da war Milch drin. Da war Milch drin. Da war keine Milch. Man hat sie doch extra vorher geguckt. Man konnte sie nur nicht nehmen, aber da war Milch. Was glaubt ihr denn, wie viele Pfeile wir jetzt benötigen? 100? Also ich habe 196. Ich habe 34. Wichtig ist Munition oder eine Motorsäge. Oh, ich brauche was zu essen. Das wächst. Jukka Palme wächst auch. Oha, Geier. Bleib lieber hier drin. Ich sag's ja. Komm rein. Nein. So kleine. Na, der macht die Tür oder so. Der geht ja nicht weg. Sis. Nein. Habe ich die Tür halt wieder zugemacht. Ja, halt Pech. Soll doch da bleiben. Ich rode hier drin. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja, meine Güte. Und am Ende der Straße ist eine Brücke. Ich kriege mal die Federn mit, die ich hier so finde, ne? Ja. Mach das. Können wir Pfeilchen von bauen. Oh, ich habe ein kurzes Rohr gefunden. Und jetzt hast du zwei? Jetzt hat er ein langes Rohr. Achso, äh, möchte jemand noch. Ich habe... Achso, meinst. Das. Dann kann ich gekochte... Oh, ich kann fünfmal gekochte Eier machen. Wow. Ja, eigentlich sogar noch dreimal. Irgendwie, wenn ich Bäume fälle, kriege ich auch Eier. Warum auch immer. Krieg immer nur die, 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 äh, Dingsbums. Wer ist das? Die Eicheln da. Nee, hast die Dinger denn? Äh, jaja, die, äh... Pein. Ziehts. Äh, Zapfen. Waaah! Was denn? Wir haben dir gesagt, da sind Geier. Nee, da sind, komm, Zombies. Der ist mal hinterm Baum gespawnte Typ. Nösslich. Der ist mal verrückt zu sein, ich weiß nicht, der macht mir ein bisschen... Wieso zappelt der so rum? Jetzt seht ihr schon wieder Pein-Seeds drin, ihr macht mich wahnsinnig manchmal. Wer macht das? Gar nicht. Ich war es auch nicht. Ich habe meinen einen noch in der Tasche. Äh, wo haben sie denn? Ich bin drin, ich war das einfach. Ich habe Jehova getötet. Was? Das war Jehova. Aha. Jehova, Jehova. Die Zeugen wieder, ehrlich. Was zeugen die denn? Jehova. Jehova Zeugen, die ja. Sind doch Jehovas Zeugen. Und diesen Safe, den können wir noch nicht öffnen. Ich habe ein Level ab, ich bin Level 6, geil. Das ist sehr gut. Und ich habe Holz. Oh, da ist Schwein. Wo sind denn die ganzen Flaschen... Wieso sind die Flaschen plötzlich weg? Müssten die nicht auch, wenn man... Wieso? Gehen wir da weg. Wenn du was trinkst, dann die in Englisch in deinem Inventar. Ja. Dankeschön. Nee, aber wenn ich zum Beispiel Eier brate. Ja. So, das weiß ich nicht. Dann sollten die Flaschen doch nicht verschwinden. Die sollten dann leer in meinem Inventar sein, oder? Hm. Okay, ich komme zurück, mir ist kalt. Hier ist kalt und du bist nass. Ich habe gerade einen Stift gekriegt. You are cold, Feind, trockene Kleidung. Oh, ich erfriere. Oh, ich muss ans Feuer. Scheiße, lauf! So, ähm. Ich erfriere. Ich erfriere. Water purifier. Water purifier is any water consumed while installed in your helmet. Hä? Was? Was? Ich finde das schon wirklich kacke. Die Nacht ist schon so blöd und jetzt kommt auch noch so Kacknebel. Ja, das kann ich verstehen. Aber unseren Wald, den wir hier gepflanzt haben, der ist zwar schön und gut, aber da sieht man die Zombies nicht. Genau, deswegen muss der hier... Machst du mal die Tür zu? Bist du verrückt? Guten Tag. Hallo. Hallo, meine Damen. Brauchen wir was zu trinken? Da im oberen Kühlschrank. Hä? Wieso kommst du denn hier nicht hoch? Lass dich da auch jetzt. Meine Güte. So, haben wir den Wasser, haben wir genügend, Essen haben wir auch, Leben, Läufe. Achso, ich kann ja, ich kann ja wieder Dings. Ist er tot? Ah, hier steht was. Abwürfe, warte mal, Abwurf aus der Luft habe ich hier gerade. Ähm, Abwürfe von Vorräten können zur Mittagszeit vorkommen. Horche nach dem Flugzeug und folge den orangefarbenen Rauch, um die Kisten zu finden, die Flugzwerge fallen gelassen. Du kannst Vorrätskisten auch auf deiner Karte finden, in der du die Funktion, ähm, Abwurf aus der Luft markieren aktiviert ist. Okay. Okay, weil, die hat das mal gewusst. Der Elberne, gerade erst gelesen. Kann man das denn Abwurf aus der Luft, bitte? Bei Optionen. Was? Option. Steuerung. Movement Tablet. Movement, nee, Tablet, äh, Global, Pet, 3. Nein. Nein, nicht. Hm. Hm. Regnet ist immer noch. Ja. Wir haben ja gesagt, auf der Map markieren. So. Ich hab doch... Nö, keine Ahnung, wie... Da wird markiert. Ich hab's. Für den? Da ist eine Schatzkarte auf eurer Karte. Aha. Die ist ziemlich, äh... Ich denke, das muss man erst aktivieren. Nein, das ist automatisch aktiviert. Seht mal eure Karte, sucht ein bisschen raus. Man sieht hier oben, äh, links irgendwo in der Ecke, äh, einen Schatzkarte. So ein bisschen mittig. Parallel zu dem, ähm, orangenen Ausruf. Hä? Ich hab kein orangenes Ausruf. Ich auch nicht. Gelbes. Ihr müsst doch irgendwo auf eurer Karte haben... Müsst ihr doch mehrere Ausruf. Rein theoretisch. Äh... Die seh ich leider nicht. Bitte was? Ich seh die nicht. Weiß. Wenn ich die Karte aufmache, dann habe ich hier ein weißes und ein, äh, gelbes. Ich hab nur weißer. Das ist so ziemlich genau bei den Koordinaten. 1.602 nördlich und 1.163 west. So. Äh... Seht ihr diesen... Ich hab auch mal einen in einer Kilometer, da würde ich jetzt hingehen. Also jetzt vielleicht ich nicht, aber doch eigentlich schon... Keine Ahnung, wie wir das machen, dass wir alle dasselbe sehen. Ich seh da nicht alle dasselbe, was ihr da seht. Ihr könnt damit nicht umgehen, ich verstehe da gar kein... Bei mir funktioniert es aber auch. Also... Ich hab keine Ahnung, warum ihr das nicht seht. Hallo? Ich dachte nicht, dass das geht. Ich mach die Tür zu. Äh... Warte, noch mal ein Steil, ne? Aua! Aua! Wieso geht denn das? Werd ich hier gehauen, Alter? Gibst doch nicht. Ich töte euch im Schlaf. Ähm... Was sollte ich denn jetzt machen? Sag ich vergessen, was ich machen wollte. Bist du irre? Hier sind Vögel! Und? Auf morgen noch. Hä? Achso, ich wollte eigentlich... Was ist denn da? Wo ist denn der rote Tee? Ich brauch roten Tee! Hier ist einer gestorben. Ein Zombie? Ja. Das ist gut. Der wollte da rein, aber das ging halt nicht. Ähm... Hesho, was kann ich denn noch skinnen? Ich hab wieder einen Punkt. Wo ist denn das mit der Schmiede? Äh... Das, ähm... Wenn du das schon fertig hast, also wenn du soweit bist... Das ist bei Intellect unter Craftmanship Perks. Aber dafür musst du erst ein Intellect, glaube ich, von 5 oder 6 haben. Aber wenn du Crease Monkey nimmst, kannst du Fahrräder und also Fahrzeuge machen. Ich weiß nicht. Wo ist denn Crease Monkey? Ich seh das gar nicht. Das ist bei Intellect unter Craftmanship Perks. Ja. Und dann Hammer & Forge, Crease Monkey, Advanced Engineering. Ich hab da mal gucken, ob ich da was reparieren kann. Ja, aber das kann ich nicht nehmen. Warum ist das... Weil du dafür... Äh, du musst erst Intellect von 4 haben. Oder 3. Ich glaub 3. Darauf warte ich. Ja, ich brauch mehr Intellect. Tja. Ich hab Intellect von 3. Wieso heil ich eigentlich nicht? Ja, ich irgendwie auch nicht. Ich versteh das auch nicht so ganz. Ich hab auch so'n Perp. Hm. Dann kauf ich das jetzt doch. So, jetzt heilig. Ich geh rein, mir ist das zu doof hier. Es regnet. Und es ist nass. Hier, ich hab gain 1 HP every 30 seconds with natural healing. 30 seconds to math? Ich hab das Gefühl, dass es das tut. Wie schon? Ja. Wir sind nochmal 1038 Holz im... Das dürfte reichen. Wollen wir jetzt... Wollen wir nicht irgendwo hin? Ja, aber es regnet doch. Blöd, oder? Ja, aber... Wir können ja jetzt auch hinrennen, aber dann ist es aber kalt und wir erfrieren. Nein. Danke. Ich brauch ein bisschen Holz. Aber mir ist es dauernd kalt. Ich weiß nicht, was los ist. Ich muss ein bisschen näher am, äh, in dem wunderbaren Feuerchen stehen. Äh, so. Oh. Vielleicht liegt's an meiner, an meiner komischen Mütze, die ich hier hab. So. Ich hab ne tolle Wollnütze. So. Hm. Der Regen nervt voll. Ja, der Regen ist echt doof. Der macht voll Depri. Du hast aber sehr schöne Schuhe. Danke. Hahaha. Vor allem mit den kurzen Hosen. Sieht super geil aus, ne? Ja, das sieht super geil aus, ne? Was ist denn hier der kürzeste Weg rüber? Lalalala. Wo geht Hisho hin? Keine Ahnung. Hisho, wo gehst du hin? Äh, so wo ich hingehe, ähm. Wo, äh, wo kommen mir jetzt eigentlich die Ogre Seeds hin und so weiter? Einpflanzen. Ogre? Ach so, Ogseds. Ja, Einpflanzen, genau, ja. Was sind denn das? Eiche. Oder? Ja. Aber es regnet, ich will dir jetzt nicht. Ich habe, ich baue bloß eine Brücke, damit wir hier nicht immer über diesen komischen schmalen, äh, schmalen Wasserweg drüber laufen müssen. Oh, du baust nur eine Brücke. Klar. Wo sollen die jetzt eigentlich reingepackt? Ja, jetzt. Dass das immer so auf Verwirrung stößt. Er baut nur eine Brücke. Mehr nicht, nur eine Brücke. Also ich sortiere jetzt erstmal ein bisschen die Kiste. Und da, was haben sie so gemacht? Brücken bauen. Wo ist denn, wo sind die ganzen Stofffetzen hin? Keine Ahnung. Du musst raus. Sind hier in meiner Kiste, 28. Hä, da hab ich doch gerade reingeguckt. Ist so blind. Sind da. Sind unter dem Holzknüppel und unter den Armbrustbolts. Ich komme da aber gerade nicht dran. Ja, weil ich da gerade vorsitze. Ähm. Irgendwer hat hier was weggenommen. Ja. Hab ich. Ja. Wer hat die Steine daraus geklaut? Die brauchen wir für die Geschmiede. Ah. Ah. Martin. Wenn mir jetzt keiner sagt, wo ich diese Seatzen packen soll, dann packe ich die in meine Kiste. Du sollst die draußen pflanzen. Aber das kann ich nicht. Das ist nicht so schwer. Ja. Da ist deine blöden Steine zurück. Ich pflanze den hier. Da unten die unterste Reihe der Finger weg. Das ist für die alles für die Schmiede schon vorbereitet. Ach, bei mir kommt kein Geier. Lass uns das unterste Reihe Leerräume. Los. Lass uns das tun. Lass uns einfach alles ein weiter nach oben. Ja. Ja. Ihr wollt ja Sachen haben für die Schmiede. Ich. Nein, du nicht. Ich möchte, dass es aufhört mit Regnen. Kannst du das auch machen? Ja, könnte ich. Mach mal. Stop. In Atmen. Mir ist ... Ich bin nass und mir ist kalt. Das ist schade. Lalla la 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 la. Oh, ist das langweilig. Scheiß Regen. Kommt doch her. Nein. Es regnet. Nicht nachdem diese Viecher mich angegriffen haben. Ich kann euch sagen, warum ihr nicht regeneriert. Ihr habt hier wahrscheinlich den grauen Balken nicht geheilt. Ja, und wie kriegt man den größer? Den musst du mit Wänden. Da geht der Balken rauf und dann heilst du dich auf. Ah. Ah, frag mal mir. Ah, jetzt geht's auch wieder. Ich hatte vorhin schon mal Verbände benutzt. Ah. Damit macht er nämlich das graue hoch und das andere dann... Und wie macht man das bei Stamina? Da musst du Fleisch essen. Ach so. Oder halt irgendwas essen, wo halt Stamina mit drin ist. Zum Beispiel. Tatsache. Hallo, entschuldigen Sie. Ihnen fehlt das halbe Gehören. Was ist denn hier los? Das ist ja verrückt jetzt, ja. Auch, ich hab daneben geschießt. Bleiben Sie mal mal gerade stehen und noch zappeln. Er hat daneben geschießt. Wir haben, wir haben doch Erde bei uns im Ding, ne? Ganz viel, ja. Ja, gut, okay. Jetzt hat er seinen Kopf verloren. Wer wird denn gleich den Kopf verlieren? Na der. Kann man Seile bauen? Wir sind hier durch den Busch. Das ist Pseudonymo. Ja. Das ist mir zu langweilig da drin. Ja, wir können ja gleich echt mal los. Also, wir sind auf jeden Fall über eine halbe Stunde angelangt übrigens. Ja, die Folge ist schon wieder vorbei. Das war eine sehr ereignisreiche Folge. Ja, wir nennen sie der Regentag. Impressionen einer Depression. Wo ist denn der Jesu überhaupt? Ich hab keine Ahnung, ich an dem vorbeigelaufen. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin Baumwolleflücken. Ich bin Baumwolleflücken. Ich bin Baumwolleflücken. Ich bin Baumwolleflücken. Was denn da? Hallo? Guck doch einfach, wo ich, wo ich bin. Nein, das ist so einfach. Folge der Baumspur. Folge der Baumspur. Ich helf dir. Kann man auch, äh, ich hau dem auf den Hintern. Sehr gut. Am schmerzhaftesten. Das klappt. Sack, tot. Ja. Kann man auch ein Speer bauen? Äh, würde mich mal, würde mich auch interessieren, weil... Ich hab doch mal einen in der Suche von dem Rezept. Eine Waffe mit etwas mehr Reichweite wäre schon, äh, dufte. Ein Speerbogen. Eisenknüppelbogen. Ein Eisenvorschlaghammer. Auch schön. Da braucht man nur 30 geschmiedetes Eisen. Ja, ich kann nicht atmen, das ist, äh... Einatmen? Ausatmen. Kakaia, 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 lala. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Wir müssen die vielleicht noch wegmachen, bevor... So, äh, wollen wir beenden oder nicht? Ja. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020